ja herzlich willkommen bei miga caravan bei uns in dingesbühl und bei mir auf dem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt schön dass ihr wieder dabei seid ganz ganz lieben dank auch dafür heute möchte ich euch zwei einbauten zeigen haupt thema ist natürlich toilette und zwar die bio toy trockentrenntoilette haben wir einmal in ein tournee eingebaut und einmal in einen sunlight eingebaut und da nehme ich euch mit gucken uns das mal gemeinsam an wie das fertig ausschauen kann und dann haben wir bei dem sunlight auch noch ein paar andere sachen gemacht der kriegt auch noch ein paar andere sachen und auf die reise nehme ich euch einfach mal ganz ganz gern mit und dann linke ich euch noch ein video ein und zwar von der firma glissana die c1 da haben wir eine null serie verbaut um als testzwecken und da war auch die firma glissana dabei und die haben das video auch gemacht auf denen ihre homepage quatsch auf denen ihre youtube seite ist es auch zu sehen und da hänge ich mal ich muss jetzt raten da oder da weiß es nicht oben jedenfalls ein link ein damit ihr das mal seht oder gern auch anschauen könnt wer alles von euch eine c1 bekommt zu diesem thema allerdings habe ich jetzt normal eine andere anregung und zwar habe ich kürzlich auch wieder ein nicht allzu schönen anruf bekommen ich verstehe ja bei aller liebe dass jeder diese toilette möchte und ich verspreche euch ich tue ja alles was ich kann nur aktuell auch bei diesem herrn kann ich noch keine termine feste termine vergeben ich kann auch noch keine wirklichen zusagen machen weil ich habe ja noch keine toilette und in der heutigen zeit wo alles sehr ungewiss ist verstehe ich leider nicht ganz warum von eurer seite der ein oder andere so manchmal extrem auf unverständnis pocht weil ihr habt ihr toilette in eurem fahrzeug das ist ja nicht böse also ihr habt ja wirklich eine toilette natürlich möchte man auch immer das neueste bloß wir können doch nicht zaubern auch sind wir fünf mann in der werkstatt mit mir sind wir sechs mann in der werkstatt wir haben unseren wöchentlichen regenverkehr zwischen drei und fünf autos wo man machen die toiletten müssen alle montiert werden wir haben aktuell circa 100 zusagen 100 bis 150 zusagen wo man montieren soll mache ich ja liebend gern ich mache das auch nachts ist alles kein problem aber leute ich kann erst anfangen und euch termine geben und euch sagen jetzt geht's los wenn ich sie da habe glissana hat aus produktionstechnischen gründen auch diese firma kann da nichts dafür weil irgendwelche leider platten von irgendjemandem ihnen vor der nase weg gekauft wurden und dann müssten die sich auch erst wieder umgucken und dann ist das wieder dann kommt janis wieder dann ist da wieder ein bisschen schwierig ihr wisst doch wie das ist momentan und jeder der da probleme damit hat den bitte ich einfach ruft doch mal ein heizungsbauer ein malermeister an und verlangt binnen 14 tagen ein termin ihr werdet keinen bekommen und so ist es auch mit unseren glissana toiletten ich kann nicht zaubern ich wirklich ich würde alles tun um euch die morgen einzubauen aber selbst wenn ich morgen starten könnte ich könnte auch nur zwei machen weil ich habe ja andere arbeit auch noch also bitte nicht falsch verstehen wirklich wir geben alles ich habe auch extra halle angemietet ich habe ja alles vorbereitet aber ihr müsst schon warten bis die wirklich auch geliefert sind und da sind aktuell ist sie noch nicht so ist sie noch nicht da ist sie noch nicht geliefert voraussichtlich mitte ende mai ich weiß es aber nicht das ist der voraussichtliche termin ich hoffe der wird eingehalten ich hoffe dass das funktioniert das hoffe ich natürlich für uns alle nur wir müssen da einfach nur ein bisschen geduld mitbringen und dann nützt auch nichts wenn er hier am telefon meine mitarbeiter hier so verwegen und das verstehe nicht und kann nicht und warum und ihr müsst doch und gibt es da keine liste und hin und her wir machen keine listen weil es macht keinen sinn ich kann nicht meine mitarbeiterinnen tagtäglich nur beschäftigen mit 120 30 leuten wieder zurückrufen wenn dann doch wieder termin verschoben werden muss weil dann doch wieder irgendwas dazwischen kommt das macht doch gar keinen sinn ich brauche die mitarbeiterinnen auch für was anders die müssen auch noch andere arbeiten durchführen wie den ganzen tag nur telefonieren weil sonst geht hier der laden über die wuppe weil hier nichts mehr vorwärts geht also so funktioniert es nicht darum kann ich auch keine listen machen keine termine machen weil ich habe sie ja noch nicht also wir fangen an so wie es kommt so wie ich weiß lkw ist unterwegs leute ich rufe euch an ich verspreche oder ihr ruft dann mich an ihr wird es auf alle fälle als erstes erfahren und dann legen wir auch sofort los und das ist ein versprechen so wenn euch das restliche video natürlich noch interessiert über die technik dann bleibt bitte dran und wir gehen jetzt mal in die werkstatt ja hier haben wir einen wunderschönen tournee in der werkstatt stehen was haben wir bei dem gemacht nicht zu verwechseln mit dem tournee den wir verkauft haben das hier ist schon bereits ein kundenfahrzeug und ich habe die toilette offen die kassettentoilette offen und wir sehen dass man nichts mehr sehen hier haben wir ein schönes fach kreiert alles schön sauber absilikoniert abgedichtet weil wir den kompletten innenraum verändert haben warum haben wir das gemacht weil der kunde einen wunsch hatte und dazu gehen wir jetzt mal kurz ins innere des fahrzeuges weil er hat eine neue toilette gewollt und zwar eine trockentrenntoilette gut über gefällt mir gefällt mir nicht lässt sich ja immer streiten hier ist jeder anderer meinung ich möchte euch nur zeigen wie wir das gelöst haben wie wir das gemacht haben ihr seht wir haben hier die original toilette raus gemacht die ist schön fixiert mit dem kunden alles so abgesprochen sauber einsilikoniert damit man natürlich auch wenn man hier in der nasszelle duscht überhaupt keine probleme hat dass irgendwas nass wird oder sonstiges hier oben wo das ehemalige display drin war haben wir jetzt den lüfter schalter reingemacht damit man auch hier sauber schalten kann das hat sich quasi nicht verändert und hier auf der seite ist die kurbe damit man eben sauber hinlangen kann kann man hier dann kurbeln man kann die kurbe aber ja auch wenn man genügend platz hat auf die andere seite machen dazu muss man bloß den eimer dann einmal drehen hier haben wir dann noch das malwerk ich nenne es mal malwerk rührwerk drin um entsprechend die thematik zu verrühren da sind dann die kokosfasern drin oder was auch jeder einzeln rein tut und das ganze zubehör vorne ist der urin behälter drin wie das ganze funktioniert man macht hier hinten einfach die klammern auf tut den einmal nach vorne öffnen und dann kommt man ohne probleme ran und kann den eimer leeren bzw den urin behälter leeren also auch das haben wir bei einem tournee hier bewerkstelligt es ist ein sauber ordentlicher einbau ich finde es sehr gelungen schaut sauber und ordentlich aus so kann der kunde jetzt hier wirklich ja zufrieden sein aber auch da hat sich das ganze angeschaut und der geht morgen früh auch gleich wieder raus dann holen wir das nächste fahrzeug rein auch ein kastenwagen da bauen wir auch ein wissens nach ich muss jetzt mal nach gucken auch einiges solaranlage und so weiter gehen wir hier mal wieder raus also hier liegt halt müssen wir nur schnell das licht ausmachen 21 22 23 und solaranlage und so weiter hier liegt noch das zubehör dass das sind einmal die kokos fasern dementsprechend das sind die kleinen spritzdöschen wo man ein bisschen mit sauber machen kann also alles bei komplettes paket in dem fall hat der kunde nun zweiten urin behälter mit bestellt auch der liegt bei und ja da wünschen wir ihnen allzeit gute fahrt jetzt ist er wieder mit dieser toilette ein bisschen autarker und kann seine urlaube genießen sunlight express nein ein wunderschöner kastenwagen sunlight der steht jetzt hier bei uns in der werkstatt weil er ein bisschen was bekommt und zwar bekommt er eine solaranlage ihr seht hier hinten haben wir schon den solarregler montiert dann haben wir sauber auf ein brett aufgesetzt damit man natürlich auch jederzeit wenn man hinten die klappe weg macht ran kann hier ist nur kleiner solarregler weil auch eine solartasche dementsprechend vorgesehen wird zeige euch gleich da ziehen wir dann vorne raus das kabel da kommt dann der stecker drauf und dann kann man da jederzeit die solartasche anstecken überhaupt kein thema und hier haben wir zweimal water ja der kunde hat keinen wechselrichter der lässt die natürlich erst einmal drin weil die sind ja gut ohne wechselrichter zwei akkus top vor allen dingen muss ich einsagen vom werk aus echt super verkabelt ich mein gut ist einzige da ist kein platz für den verteiler hier hat man natürlich alles hier auf dem pol gesetzt aber schön diagonal man sieht es geht auch hier haben wir nur die verbinder jeweils zu anderen und die akkus sind einfach schön diagonal verbunden hier ist die masse hier ist der pluspol dementsprechend wo die verbraucher dran sind und hier sind nur die verbinder also echt top muss ich sagen und was mir hier auch besonders gut gefällt habe ich so auch noch nicht oft gesehen überall hier schön ausgekleidet an den polen an den ecken mit schaumstoff richtig dick festgeklebt dass auch ja kein kabel hier kurzschlüsse verursachen kann genauso auf der masse seite also muss ich echt sagen schön gemacht im gegenzug zu manchen anderen dann was mir auch verwundert hat die kabel in schutzschläuchen drin auch klasse kenne ich so auch nicht normalerweise also auch top also muss ich sagen hier ist echt schön verbaut worden dann haben wir hier nachträglich noch einen standby lager auf kundenwunsch montiert und einen batterie computer damit also ein bisschen übersicht hat den batterie computer haben wir hier oben hingesetzt von der firma büttner den sehen wir hier der ist eigentlich ja ganz geschickt also die form passt natürlich hier schön rein muss man ganz klar sagen bei die ganzen viereckigen geräte ist alles abzulesen man kann 100 prozent also im prozent man kann da rechnen jetzt dann die tage aus letztlich und hier hat man die spannung von der batterie 17 14,7 volt und hier haben wir 0,6 klar der ist ja ladeschluss spannung agm 170 ampere stunden also es ist schon toll also kann man nicht meckern ist ist eine tolle geschichte und also ich muss sagen echt top hiervon haben wir offen weil man natürlich den standby lager voneinander starter batterie angeschlossen haben hier gibt es die möglichkeit mit 2,5 ampere oder 5 ampere mir mit 2,5 eingestellt dann haben wir hier den wcs wechselrichter jetzt weiß man schon wieder der name englitten nein quatsch und den haben wir hier sauber montiert und was haben wir hier noch gemacht dann haben wir eine neue toilette montiert die ist noch nicht ganz fertig aber die hammer so gut wie fertig da fehlt nur noch der schalter oben da müssen man nur kleinigkeit verblenden und dann ist das perfekt das ist die bio toy die haben wir ja schon im vorhergehenden video in einem tournee verbaut jetzt haben wir es hier in einem sunlight verbaut also muss man echt sagen die toilette macht sich gerade in den vans eigentlich ganz gut wenn man auf trockentrenntoilette natürlich steht die ist mit rührwerk man sieht hier dementsprechend das rührwerk dann haben wir davon natürlich klar den urinauffang becken und darunter ist dann der behälter und der kasten steht dann einfach da unten drin und da tut man dann die kokosfaser rein oder halt was auch immer jeder schwörter bis lauf anders und ja auf geht's und schon kann man die ganze geschichte ohne probleme nutzen ja was kriegt er noch natürlich zu dem solar regler richter noch ein solarmodul das machen wir morgen aufs dach da haben wir sagen da muss ich auch dazu sagen also ich muss jetzt echt mal viel lobs aussprechen bei dem auto echt krasse schauen wir mal die querschnitte hier an das ist der querschnitt wo die als solarvorbereitung schon reingezogen haben also echt fett ich bin da richtig nicht erschrocken also war war positiv überrascht schauen wir mal kurz hier hinter da haben wir nämlich die solardose guckt mal her was das für fetter querschnitt ist also ich muss echt sagen kann man nicht meckern ist gut vorbereitet und auch einmal richtig guter querschnitt verwendet ist kabel gleich von vornherein durchgezogen echt top und kann man natürlich dann nutzen vor allen dingen weil wir hochvolt module nehmen oder ein hochvolt modul das hat natürlich den vorteil durch die hohen voltzahl wird es besser mit die ampere also ist der querschnitt vollkommen ausreichend und dann schauen wir jetzt nochmal auf die andere seite weil da möchte ich euch noch zeigen wie wir das lösen mit der solartasche und zwar haben wir hier also das kabel wird ein wenig eingekürzt und zwar so dass er hier innen drin dann den stecker hat und dann wird es einfach hier reingelegt und hier wird die solartasche angesteckt und dann wird das hier durch die tür rausgeführt und kann überall hinstellen echte tolle sache und so ist man natürlich ein bisschen flexibel ergänzung ein modul auf dem dach und die solartasche 180 und 100 glaube ich auf dem dach hochvolt da geht schon was beieinander und hier haben wir dann die rückwärtige seite da war allerdings ein kleiner negativer punkt den haben wir aber ein bisschen ausgemacht und zwar ihr seht hier die zwei schläuche einmal warm und einmal kalt wasser die halter hier habe ich reingemacht weil die schläuche sind immer hier runter gerutscht und unter diese isolierung gerutscht und unter der isolierung ist ist auto blech und also wenn man gerade mal hier auto blech und wenn man dann im winter fahren will ist das natürlich schlecht wir machen jetzt hier nur ein bisschen isolations material rein kleiden das nur ein bisschen aus damit es wirklich safe ist damit hier die leitungen natürlich nicht eingefrieren können weil das wäre fatal und hier machen wir auch noch ein brett rein weil hier kommt nämlich noch der anschluss dann für außendusche rein auch das wird morgen noch gewährleistet ja und dann ist im prinzip das auto auch schon wieder abfahrt bereit und kann wieder los düsen ja ich hoffe es war wieder interessant für euch die bio toy wer sie mag für ein van optimal die schön niedrig durch das protest ist eine tolle toilette kann man nicht meckern muss man ganz ehrlich sagen ist halt trenntoilette trocken trenntoilette aber es ist tolle geschichte gibt sehr viele positive dinge über die toilette und der der sie leiden mag für den ist sie wirklich top ja in dem sinn möchte ich mich einfach kurz bedanken fürs schauen für das da sein vielleicht für einen daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat liebe camber bleibt gesund passt euch auf in diesen verrückten zeiten kaum haben wir die eine verrückte zeit hinter uns beginnt die nächste verrückte zeit was soll man da groß sagen kopf hoch wir schaffen das alles das wird alles wieder positiv denken weiter geht's wenn ihr lust habt und gar wirklich verrückt seid und auf meinen schmann immer ganz verzichten wollt dann einfach den kanal abonnieren da freuen wir uns natürlich ganz ganz herzliches drüber und ich sage bis zum nächsten video und halte die unsteif bis bald ciao